Weiter geht's mit Diawars. Heute bauen wir eine automatische Amethyst-Farm, also bewertet den Part und viel Spaß. Und ganz, ganz wichtig, also richtig wichtig, also ganz, ganz wichtig, Abo dalassen, da verpasst ihr auch nichts mehr. So, hat früher mal funktioniert, da haben richtig viele abonniert, obwohl jetzt mittlerweile eigentlich auch wieder, also alles cool. Hier haben wir auch die Tür mal umgebaut, richtig nice jetzt, hier gehen so Amethysten durch, weil die Farm oder die Base soll so ein bisschen im Fantasy-Design gebaut werden und das wird dann so ähnlich aussehen. Schreibt ganz gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und kurze Frage, hat die Eisenplatte irgendwas zu sagen? Die ist einfach nur so da, ne? Die ist einfach nur da zum Verwirren. Da hatte jemand eine Eisenplatte noch über und da hat die da einfach hingebaut, nice. Okay, also werden wir uns jetzt mal ein paar Sachen zusammensuchen und dann bauen wir die Amethyst-Farm. Dann packen wir hier mal alle anderen Steinsorten rein. Das kann auch rüber. Hier ist Cleanstone. Cleanstone. Das ist eine andere Steinsorte, die kommt da rein. Amethyst ist ja auch eine andere Steinsorte. Dann haben wir hier noch Holz. Warte, wir brauchen vielleicht noch ein paar mehr Observer. Dann nehmen wir noch Redstone Repeater mit und Redstone Dust. Hopper. Wir brauchen noch mehr Hopper, glaube ich, ne? Hopper und eine Chess brauchen wir noch. Haben wir noch Chess? Redstone. Wir gucken mal, ob das schon reicht. Jetzt gehen wir noch, ne, warte mal, wir müssen unten noch den ganzen Weg umbauen, ne? Das heißt, wir nehmen noch andere Steine. Und normalerweise müsste da auch ne Schleuse hin. Und runter geht's. Aber mehr irgendwo gibt's nicht. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Da sind zwei übereinander. Ich glaube, das ist schon gut. Ich glaube, der ist eh geiler jetzt, den wir jetzt hier haben. Aber der ist vielleicht besser, weil wir hier mehr Platz haben. Also Kiste. Hopper. Hopper. Noch ein Hopper. So, dann machen wir da dran jetzt eins, zwei. Zwei Dispenser. Äh, Observer, sorry. Dann zwei Dropper. Und da dran zwei Hopper. Und wir brauchen jetzt nach rechts und links noch ein paar Blöcke frei. Boah, Konzentration, Peter. Konzentration. Bau das nicht ab. Bau das nicht ab, bitte. Bitte bau's nicht ab. So, die Abbauer für die Amethysten sind dann hier. So, dann brauchen wir hier vier Items drin. Wir lassen die Stopfen aber noch davor, damit da bis jetzt, oder damit da gleich keiner quasi wächst. Da müssen eigentlich vier Items rein. Ähm, machen wir dann auch gleich, wenn wir die wegnehmen. Vier Items sind dann da schon mal dran. Dann brauchen wir hier einen Block. Und da einen Block. Dann brauchen wir einen Comparator. Und da dran brauchen wir dann Reds on Torches. Und wenn da was drin ist, gehen die auch aus. Aber da tun wir erst gleich was rein, wenn der Block da weg ist. Ach genau, so ist richtig. Dann so, so. Und hier auch nochmal. Nein, lol. Wenn die Finger zu dick sind. So, die werden getriggert. Nice. Ich muss gleich mal ganz kurz gucken, wie die Schaltung da hinten gebaut wird. W, T, F. Okay. So, hierhin kommt ein Block dran. Da auch. Da kommt jetzt eine Reds on Torch dran. Da auch. Dann müssen wir hier mal ganz kurz was weg machen nochmal. So, und jetzt brauchen wir ein paar Comparator. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ja, super geil. Wird jetzt geil. Wir haben genau genug mit für einen. Ne, warte, boah, fast verklickt. Wir haben den, wir haben drei davon. Ah, wir brauchen noch mehr Reds on Torches, ne? Oh man. Ja, genau. Wieder, wieder ein Stück drin. Das ist cool. Cool, da haben wir ihn. Okay, wir gehen wieder runter. Vorletzte Ebene. Bitte aussteigen. So, und jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass das nach vier Ticks wieder angeht, ne? Also eigentlich müsste das schon wieder sein. Drei nur noch. Oh, schon eingewachsen. Ist da noch schon einer drin? Jo, geil. Da auch, da noch nicht. Okay, theoretisch läuft das jetzt so. Ah, warte mal, wir müssen hier noch den machen. Sonst läuft es gar nicht. So, jetzt müsste fertig sein. Der wächst viermal. Das heißt, er gibt viermal ein Signal an diesen Stein. Sobald hier kein Stein mehr drin ist, geht der Comparator aus. Die Reds on Torch wird getriggert und dann wird der Pisten getriggert. Der zieht dann den fertigen Amethyst ab und sammelt den dann in der Kiste. Dankeschön. So. Gleichzeitig wird der getriggert und er triggert den hier. So lange, dass die Steine wieder zurück in den Dropper können. Und dann geht es immer wieder hin und her. Was für eine komplizierte Scheißanlage, Alter. Und jetzt müssen wir die noch schön bauen. Aber eigentlich ist es jetzt schon fertig. Schon ist gut. Hat das einer verstanden? War das so fertig? Ja, ne? Der Kristall ist einfach nur ein Style-Objekt. Weil wir unsere Base fantasy-mäßig aufbauen wollen, wären solche Amethysten sehr, sehr cool. Ja, die Anlage geht jetzt nicht so schnell, wenn ich ehrlich bin. Da sind jetzt insgesamt acht drin. Immerhin. Da sind schon mal zwei Blöcke in 18 Stunden oder so. Also ehrlich gesagt nicht sonderlich effektiv. Was man aber machen sollte, ist sein Inventar leer machen. Warte mal, ich habe hier Tafkan weg. Taf, vor allen Dingen Tuf. Ist da das Silk Touch drauf? Genau. Deswegen habe ich die ja drangelassen, damit man hier immer die Kristalle abfarmen kann. Weil die kann man auch so wieder an die ganzen Dinger machen. Eins, zwei, small. Da haben wir noch Dirt. Und das kann auch weg. Ah, ne? Dann kann man alle vier Größen dran machen. Das ist ja mega cool. So, und ich erkläre euch gleich auch mal, wofür wir die Dinger brauchen. Ich glaube, gerade habe ich das schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich habe auch ein bisschen... Boah, das wäre jetzt knapp. Die Eingangshalle umgebaut. Kann mal ganz kurz zeigen, wie das da ausschaut. So. Also vom Plan her ist ja momentan in der Woche geht es darum, von innen eine Base zu bauen. Beziehungsweise die Base von innen fertig zu stellen. Und dafür gibt es wieder Punkte. Letztendlich gibt es dafür wieder Dias. Das ist quasi auch unser Ding, was wir gerade haben. Und da ich die Base ja schon vorgebaut hatte, liegt die Sache nahe, dass wir die Base einfach so lassen und noch ein bisschen upgraden. Ich habe hier zum Beispiel im Stream schon mal die eine Ecke gebaut. Hier fehlt es natürlich noch ein bisschen an Details und vor allen Dingen auch an die Kristalle. Prinzipiell würde ich gerne den Raum so zu Ende bauen und dann irgendwo aus der Ecke raus noch so einen fetten Kristall, der sich hier reinzieht. Beziehungsweise so eine Kristallader, Amethystader. Und dass das Ganze so ein bisschen einen magischen Hauch bekommt. So, es kamen auch schon Ideen, dass wir hier einen komplett anderen Block benutzen. Aber, wenn ich ehrlich bin, jetzt die komplette Base nochmal umzubauen, finde ich nicht so cool. Und vor allen Dingen bietet Deep Slate auch sehr, sehr viele Blockvarianten, wie man hier auch sehen kann. Hier mit den Sachen, hier noch so eine Trap dort dran. Oder auch mit der Mauer, die dann hier drin ist, mit der Decke. Hier sind so viele verschiedene Blöcke verbaut. Gut, das würde ich jetzt auf jede Ecke kopieren. Einmal, das ist dann der Eingangsbereich. Dann habe ich den Eingangsbereich noch umgebaut auf Comparator. Wer es nicht weiß, das gegnerische Team, also das hier, das kann bei uns keine Blöcke abbauen oder generell Redstone markieren, beziehungsweise triggern. Und deswegen haben wir das so. Wir können quasi die Tür öffnen, die anderen aber nicht. Und dann gibt es ja noch den Lagerexpress. Hier ist dasselbe, geht allerdings nur die Mitte auf. Ist auch halt sicherer. Und so ähnlich soll das dann aussehen. Also, dass überall so ein bisschen Amethysten durchballern. Hier noch so ein paar Holzsachen sind mit Lampen dran, Büsche überall. Und vom Prinzip her sollte das dann so unsere Base sein, die dann so ausgebaut aussieht. Und es werden verschiedene Sachen bewertet, wie zum Beispiel Farmen, Design, Details und auch so ein paar andere Sachen. Geht dazu am besten mal auf die Website, die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da ist dann nochmal auch das komplette Projekt einmal beschrieben. Aber schreibt ganz gerne mal rein, wie ihr das findet vom Design her. Und ihr könnt natürlich eure Ideen auch in die Kommentare schreiben. Oder anders, ihr könnt theoretisch auch selber was bauen. Jetzt habe ich mal ein Mikro berührt. Und das Ganze in den Discord schicken. Dann gucke ich mir das auch an. Also, wenn ihr sagt, pass auf, mach das doch lieber so und so, ist viel cooler. Dann schickt das in den Discord, gucke ich mir an. Und ich habe jetzt hier verschiedene Größen von den Amethysten. Und das sieht dann so aus. Auch mal so kleiner oder so. Ist, glaube ich, ganz nice. Wenn man so verschiedene Größen hat. Hier wird auch nochmal ausgebaut. Da hinten kommt noch eine Farm rein. Also die ganze Base wird euch dann nochmal gezeigt, wenn das Voting dann ansteht. Oh, ich habe nicht mehr viel Essen. Und hier geht es schon weiter. Hier ist ja die Eisenfarm. In dem Falle, dass das alles geilo aussehen muss, würde ich hier das Fenster nochmal vergrößern, dass man ein bisschen besser auf die Farm gucken kann. Und vor allen Dingen, die Farm läuft gerade richtig gut. Die Kiste oben ist komplett, oder unten, ist komplett mit Eisen voll. Beziehungsweise war sie das vorhin. Dann guck mal einmal ganz kurz. Deswegen das einfach insane. Das hat man ja auch die eine Folge gemacht. Okay, das Eis wurde insane rausgenommen. Aber schon mal geil. Und auch Brot funktioniert und Karotten sowieso. Wo wir gerade bei den Farmen sind. Hier zwei Etaschen höher. Eins, zwei. Hier befindet sich ja die Bauern hinter. Also die Villager, die das Ganze abernten. Und hier würde ich dann auch hergehen. und das Ganze so konzipieren, beziehungsweise so entwerfen, dass man das auch sieht. Also dass man hier auch die Villager sehen kann von hier aus. Dass man sieht, dass in der Base was los ist. Hier ist jetzt auch die Villager Farm. Die neue, die Trading Hall. Auch ein sehr cooles Design, muss ich sagen. Das war von Pummi. Und ja, da müssen wir halt noch ein bisschen ausleuchten. Oh, er will raus. Oh, der war knapp, Alter. Und dann geht es auch schon wieder rund. Hier weiter oben ist, glaube ich, dann schon der Ausgang. Und hier, wie gesagt, würde ich hier mit den roten Bäumen so ein bisschen arbeiten. Und die Bäume so ein bisschen handgebaut hinstellen. Hier sind auch so verschiedene Äste drin, wie man sehen kann. Und an sich gefällt es mir und den Leuten, die im Stream dabei waren, sehr, sehr gut. Lasst eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Und ich würde sagen, drückt die Daumen, dass wir das Voting gewinnen. Und die Diamanten an uns reißen. Und bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss. Tschüss.